Hallo, ich bin Nora. Ich bin Auszubildende hier im Franziskushaus. In diesem Video zeige ich euch, was ich hier so mache. In der Pflegeeinrichtung leben 60 Senioren. Wir sind drei Auszubildende und insgesamt sind wir 70 Mitarbeiter im Team. Ich lerne heute das Blutdruckmessen. Du streckst den Arm bitte aus. Genau, haltest mit Mitteln und Zeigefingern fest an den Seiten. Mir macht es Spaß mit Menschen zu arbeiten und für ältere Menschen verantwortlich zu sein. Das war ein kurzer Einblick über unsere Einrichtung. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einmal vorbei oder ruft an oder klickt auf diese Internetadresse. Das war ein kurzer Einblick über die johnnen und kurzer Einblick über unsere Einrichtung. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr euch hören und was dann sicherzustellen. Wenn es euch gefallen hat, dann geht es euch auf die